ja zum beginn dieses jahres kam auf meinem kanal eine kleine diskussion auf ob die neuen eddie oliv tvs für das jahr 2023 nun dts unterstützen werden oder nicht in meinem großen technos video für die cs 2023 habe ich davon berichtet dass die dts patente wieder hat und die eddie oliv ist dementsprechend dts wieder unterstützen werden dann kam die nachricht auf dass ag wohl nur imax enhanced bei dtsx unterstützen wird aber dts selber nicht und dazu habe ich auch ein separates video veröffentlicht um euch noch mal zu erklären was das genau bedeutet dann später kamen wiederum einige nachrichten auf wo es hieß dann doch sie unterstützen dts und dann habe ich mir gedacht okay wartest es jetzt erstmal ab bis zu einem dieser geräte hier stehen hast und wirklich überprüfen kannst was dahinter steckt ob sie nun dts unterstützen oder nicht in den großen tech impression videos zum ag c3 in g3 haben wir dann festgestellt dass hinten auf den geräten dts patent logos aufgedruckt sind was natürlich signalisiert okay sie unterstützen dts hier in diesem video möchte ich mit euch jetzt darüber sprechen inwieweit sie es unterstützen und wie das soweit alles funktioniert ja wenn euch das gefällt dann gibt dem video gerne einen daumen nach oben lehnt euch zurück und ich lege los ich kann mir durchaus vorstellen dass jetzt einige von dem bildschirm sitzen sich fragen was interessiert mich das überhaupt dts habe ich nie wirklich was mit zu tun gehabt warum ist das für manche leute so wichtig ich kann mir das durchaus vorstellen und ich kann auch vorstellen dass es für manche leute einen gewichtigen grund hat seit 2020 haben die ag tvs sei es jetzt die oleds oder die nano cells wie auch immer dts nicht mehr unterstützt und für manche leute war das tatsächlich ein ko kriterium das audioformat dts ist durchaus potent und ist manchen punkten leistungsfähiger als die formate von dolby und so weiter und da kann ich komplett nachvollziehen dass manche leute an der stelle gesagt haben nee damit will ich nichts mehr zu tun haben vor allem puristen die jetzt hier mediendateien über medien server oder usb sticks abgespielt haben und dann über arc oder er als sie an audio gerät betrieben haben da haben die ag ohne tvs wirklich eiskalt gesagt nee pass auf ich kann mit dem audioformat nicht umgehen das gewählte audioformat wird nicht unterstützt da wurde nichts umgewandelt sondern der ton blieb einfach stumm und das war natürlich ein ziemlicher schlag ins gesicht seitens ags gegenüber den kunden an der stelle und ich kann das persönlich auch irgendwo nachempfinden für die kunden natürlich dementsprechend ich persönlich bin einer v receiver user an der stelle und da habe ich nicht so das problem gehabt da mein av receiver natürlich alle formate unterstützt und ich das alles über den av receiver regel der konnte das dann dementsprechend verarbeiten über erc oder arc hat der natürlich aber auch kein dts bekommen da mein ag oder tv da auch sagte du das kann ich nicht daher ist das durchaus relevant und da kann ich auch nachvollziehen dass manche leute gesagt haben die ag damit will ich nichts mehr zu tun haben ich gehe zur konkurrenz vollkommen nachvollziehbar auf jeden fall die das jetzt für das jahr 2023 wieder ernst genommen und hat das problem gelöst und darüber sprechen wir nun wir haben jetzt hier endgültig klarheit zu schaffen ja die neuen ag ohne tvs sei es jetzt der c3 und g3 die ich hier stehen habe unterstützen dts wieder sei es dts digital surround dts hd master audio oder dtsx alle drei formate können sie über e arc und optisch digital ausgeben wobei über optisch digital geht natürlich nur das klassische dts dts hd und dtsx gehen daran technisch nicht was aber nicht geht sind jetzt hier solche abmixer technologien wie dts neo oder sowas das bieten die ag ohne tvs nicht sie können diese audioformate nur ganz trocken entgegen nehmen und leiten sie einfach weiter oder geben sie über die tv lautsprecher aus da gibt es keine probleme mehr auch über usb stick und so weiter nehmen die tvs jetzt dts endgültig wieder entgegen ja das ist auf jeden fall an sich eine schöne nachricht wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann warum das die letzten jahre einfach und den rotstift zum opfer gefallen ist das ist eine sparmaßnahme die für mich bei so ein tv einfach am falschen ende ist auf jeden fall können wir jetzt hier an dieser stelle da ganz entspannt uns wieder zurücklehnen die und tvs unterstützen das jeweils ob die alten tvs das jetzt wieder zurück bekommen halte ich für sehr unwahrscheinlich die frage habe ich auch sehr oft bei mir schon in kommentaren gelesen dazu glaube ich nicht dass die tvs das per software update erhalten werden es ist auf den gerät noch nicht aufgedruckt dass die dts patente quasi inkludiert sind das ist nämlich pflicht an der stelle daher glaube ich nicht dass die ag ohne tvs sei es c1 oder c2 g2 und so weiter die dts unterstützung wieder erhalten werden auf jeden fall konnte ich das definitiv 100 prozent validieren ich habe das mit der xbox usx als auch mit dem blu-ray player getestet und mein angeschlossener v receiver hat über arc dann dts empfangen auf jeden fall eine sehr erfreuliche nachricht auch wenn ich wie gesagt dass etwas schmerzlich sehe dass ag dass die letzten jahre einfach quasi zum opfer fallen gelassen hat aber dennoch haben sie es dieses jahr wieder nachgepatcht und dementsprechend kann ich jetzt 100 prozent bestätigen die ag olid tvs unterstützen dts ja wenn ihr euch einen neuen ag olid tv sei es den c3 und g3 kauft solltet ihr natürlich darauf achten ob euer audio endgerät sei es der nv receiver soundbar und co dts auch unterstützen na v receiver das ist ziemlich wahrscheinlich fast schon bei 100 prozent dass der dts unterstützt bei soundbars und co ist das eher was anderes die unterstützen nicht unbedingt dts also bevor ihr euch jetzt groß freut dass die ag olid tvs wieder dts unterstützen solltet ihr überprüfen ob euer audio endgerät auch dts dekodieren und ausgeben kann weil sonst bleibt nämlich von der seite aus die audio ausgabe stumm auf jeden fall sind wir jetzt am ende dieses videos ankommen wenn euch das video gefallen hat dann gibt dem video gerne einen daumen nach oben wenn in zukunft solche spannenden videos wie dieses hier nicht verpassen wollt solltet ihr das kostenlose abonnieren meines kanals nicht vergessen sowie das aktivieren der glocke ansonsten würde ich sagen ich wünsche euch jetzt eine soundreiche zeit und wir hören und sehen uns im nächsten video wieder macht es gut